Hallo und willkommen zurück zu die Sims 300, Sims 400 Baby Challenge. Sorry, ich bin so auf Sims 3 konzentriert. Ich nehme direkt den Anschluss auf von dem Anfang zurück. Das heißt, wahrscheinlich kommt sogar die erste Folge, vielleicht sogar am Ostersonntag raus. Weil ich habe ja gesagt, es kann manchmal auch von anders rauskommen. Und ich hoffe, es kommt mein Mann. Mann oder Frau? Mann oder Frau? Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Mann. Hör auf zu üben. Rede bitte, Mann. Rede bitte, Mann. Wir dürfen hier raus, um Männer kennenzulernen. Aber wenn hier keine Männer kommen. Oh mein Gott. Das ist mein Privatfamil, Mann. Stopp, 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 stopp. Der kann nicht mal. Mach mit dem was. Mach mit dem was. Der ist voll nett, Mann. Den habe ich selber erstellt. Habe ich voll Mühe gegeben, auch wenn er nicht so hässlich ist. Ja. Nein. Nein. Lauf doch, Selina. Selina. Oh mein Gott, da ist Summer. Und Anne. Ja. Achso, ihr könnt ja auch anders gehen. Sonst drei müssen wir nicht ja immer so hinschalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Frag ihn mal, ob er Single ist. Ich glaube, er ist eigentlich Single. Weil ich habe jetzt eigentlich nur heute schon der für mich gespielt. Und dann muss er eigentlich Single sein. Oh mein Gott, mach einen Flirt. Rede doch mit ihm. Achso, ihr plaudert gerade. Okay, das ist auch spannend. Mhm. Voll spannend. Oh mein Gott. Du kannst ja nach Hause einladen, wer er will. Ich weiß nicht, wer will. Wo geht es nochmal nach Hause einladen? Na, 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 na. Ähm. Nach Hause einladen, nach Hause einladen. Nach Hause einladen, nach Hause einladen. Äh, 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 äh. Also, er ist auch unser Nachbar. Das ist ja praktisch. Oh, stell ihm eine Schlüpfe gefragt, wenn er darauf stand. Äh, äh. Kann man nicht auch gucken oder so machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es noch keins, ob ich mir mal gespielt. Oh mein Gott, tauscht die Nummer aus. So unbedingt. Du musst... Oh mein Gott, oh mein Gott, tauscht die Nummer aus. Tauscht die Nummer aus. Oh mein Gott, vielleicht nach Hause um eine Verabschung. Binden, das ist so geil. Oh mein Gott, er küsst das Handy. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sag dir ja, sag dir ja, sag dir ja. Yes. Er hat ja gesagt. Er hat ja gesagt. Okay. Ganz ruhig, wir wollen... Guckt, das und er. Das und er. Jetzt geht es zu Hause. Die Verabredung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, beruhigen. Beruhigen. Die jetzt so jetzt schwanger werden. Das wäre so cool. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also, sie mag eigentlich keine Kinder, aber... Sie dachte, die Pille hält. Oh. Sozusagen. Und sorry, dass ich das mehr gemacht habe. Und falls man es weg ist, schreibt es in den Kommentaren. Auch wenn es dann erst in der fünften Folge oder so verwahrlicht wird. Aber ich bin gerade so süßig. Nach dem 100 Baby-Chall nicht. Falls ich die 100 Babys haben will. Ich würde deswegen ganz den Tag am liebsten durchspielen. Oh mein Gott, 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 okay, 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 okay. Hallo, hallo, Pause, 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 Pause. Prozent Prozent ob sie noch heute sind und mit der Angelegenheit ich bin warum bin ich gefüllt abgabend abgabend entgegen okay Anna Anna beruhigen zu haben gehört ich hoffe ihr mit dem Herbergenst weil ich hätte extra für euch gemacht warte es geht hier alles viel zu schnell essen kurs unbedingt den essen kurs nein vier stelle weiter Tim und Selina bei den allerersten Kurs nein ich habe vergessen wir machen Skinshots bei Sims 4 nein ich weiß es nicht oh mein Gott da gibt es ja Ziele habe ich voll vergessen na das will er bestimmt noch nicht das steht ihm was ich ein also ihr dürft nicht zusammen sein also das darf ich nicht vergessen also ich glaube wo manche Interesse geht aber kein Pärchen also ich hätte vielleicht hier ein Merkmal nein er darf nicht dein Freund sein küsse ihn obwohl macht er vielleicht doch schon ein Baby machen ich bin mir unsicher nein er darf nicht mein Freund sein Leute Baby machen wir machen es einfach mal vielleicht will er ja vielleicht will er ja wenn nicht dann ja ja oh mein Gott er hat ja gesagt oh mein Gott die kennen sich ja nicht hin der hat einfach ja gesagt der hat einfach ja gesagt er hat ja gesagt oh mein Gott ich hätte mal gucken können ob das Spiel mich übertönt weil ich möchte die Baby die Baby machen es machen es nicht so gut tun es ist ein bisschen heiß denn wenn ich meine Meinung hast du das Bogen Wolltsteil die Mama die Mama die Mama die Mama die Mama Mach unbedingt ein... Nein, du gehst nicht schlafen. Ein Schwangerschaftstest. Mach einen Schwangerschaftstest. Und, und, und. Komm, schnell, 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 schnell. Ich mach' nicht wissen, ob du schwanger bist. So unbedingt. Oh, komm schon. Schwangerschaftstest. Ja, also, sie mag keine Kinder, aber geht Kinder. Oh mein Gott, sie ist schwanger! Oh mein Gott, yay, yay, yay! Okay, ähm, ähm. Ähm, die Auswahl, allgemein. Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, wie sie sich nur verstehen. Oh mein Gott, lass ihn abblitzen. Lass ihn abblitzen und... Du musst was essen. Aber ich mag sie, wie du ihn abblitzen lässt. Wie harte, wie harte, wie harte. Ähm, dann kaufen wir mal ein Gartensalat. Machen wir Familiengrößen oder einzupotten, weil, du bist alleine. Also... Weil es sind halt viel gekostet. Hälte es im Kühlschrank. Oh mein Gott, man sieht schon den Bauch. Man sieht schon den Bauch. Ich hab grad voll vergessen, wie dann das dauert. Erstes Trimester. Okay, ähm. Heißer Draht. Oh mein Gott. Erster Kuss. Uh, erstes Tesschen und Mächle. Oh mein Gott, so viel auf einmal. Schwanger. Oh mein Gott, sie ist einfach so schwanger. Sie ist einfach schwanger. Oh mein Gott. Na okay, es war auch gelb. Aber es klappt nicht immer, wirklich. Es gibt ja keinen Schwangerschaftstest. Ja, zehn Kontakte. Ähm, ja ganz okay. Aber wir haben ihn jetzt abblitzen lassen. Wie mag er uns jetzt eigentlich? Hm, er mag uns immer noch. Er ist unser Nachbar. Er wohnt da. Üh. Heiß. Oh, hier ist es aber heiß. Oh mein Gott, dein Bauch. Der sieht schon so süß aus. Wie kann man Fotos machen? Oh mein Gott. Nein. Yay. Ey, wird jetzt immer angezeigt, oder wie? Schade. Ist er noch da? Dieser Idiot. Nein, wir wollen nicht plaudern. Wir essen. Gibt doch so irgendwie öffnen. Und dann kommen wir doch so. Oder und dann hier und dann. Ja, so geht's. Wir wollen mit dir nicht plaudern, du Dummi. Ess einfach. Setz dich hin, mal im Essen, Maus. Geht schneller. Der nervt dich nur. Oh, wir haben auch eine Dusche, oder? Haha, ja. Wir müssen dann mal mit Schreiben beginnen. Nämlich er. Er mag auch Schriftsteller werden. Oh, da sehe ich aber was heißes. Kann man wirklich die Merkmale nicht ändern? Ich bin mir unsicher. Ihr müsst mir mal schreiben. Ach man, ich könnte es mir gar nicht schreiben, wenn ich schon das so aufnehme. Ich kenne keinen Gettyper. Ich, äh, Vampire, ähm, ich habe das Adon gar nicht. Ach so, Leute. Ich rutsche an dem und Vampire da auch noch, wenn ich es bekomme. Nimmst du dir einfach ein Wasser von uns. Ach so, was gibt es eigentlich normal als Snack? Also Chips, Joghurt, Haferbrei. Ah, eine Mikrowelle. Uh, wir könnten eine Mikrowelle kaufen. Uh, ja, das ist eine gute Idee. Nein, nein. Oh Mann, diese Challenge ist so geil. Es macht mir jetzt schon so Spaß, obwohl ich hier eigentlich nichts richtig mache. Uh, ein Waschbecken wäre auch praktisch hier irgendwo... Okay, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich finde diese Challenge so geil. Und wir haben noch 604 Simulons. Aber das reicht auch. Und dann gehst du dann erstmal, ähm, duschen. Also wie ist es nochmal? Was mit duschen? Mach eine erfrischende Dusche. Ähm, und dann geh schlafen. Ja, ähm, ich wetz es jetzt vorspulen. Und hoffe, dass die bald in das nächste Semester kommt. Auch wenn es noch dauert, ich weiß. Aber die, weil mit einem Simul kann man das nicht viel so machen. Wenn man rüschen geht und dann schlafen geht. Das macht ja nicht so Spaß, im langsamen Modus zuzugucken. Ähm, die schläft aber schnell, dachte ich mir gerade so. Komm, das... Na, Silberbad, warte, wir haben doch eben was bekommen oder so. Ähm, 20 Stunden immer noch. Oh mein Gott, ähm, ähm... Ja, schlaf dich schön aus. Schlaf dich, können wir jetzt auch wegmachen irgendwie. Ja. Schlaf dich schön aus, kleine Selina. Ich bin froh auf dich, dass du ein Kind bekommen hast, auch wenn du kein zweites. Na, du warst verglücklich mit deinem Mann, obwohl du keine Kinder magst. Hm. Morgenübelkeit. Oh ja, das ist aber dumm. Wie ist dein Bauch jetzt? Ach, immer noch so süß. Pfutzig, klein. Oh Mann, ich muss noch Screenshots machen. Die sieht so süß aus. Ähm... Ja... Ja, ja, ja. Geh erstmal aufs Klo und... Ähm... Ähm... Ja... Und ess nochmal einen Garten, dann hast du so viel Hunger, weil du... Ähm... Warte, ein Gericht nehmen, oder? Muss man auf eine... Da musst du mal nachgucken, ähm... Putz... Ich mach einfach Portionen nehmen, weil ich glaub, das ist richtig, ich bin mir sicher... Ja, alles ist gut. Ja, alles ist gut. Morgenübelkeit ist nichts Schlimmes dran. Jeder, jedem ist morgens mal übel, okay, Maus? Alles ist gut, Selina. Jeder, jeder ist morgens mal übel, der schwanger ist. Kann man das auch sagen? In Sims 4 waschen die sich mindestens die Hände nach dem Klo gehen, nicht so wie in The Sims 3. Hm... Hm... Auf jeden Fall, wenn ich mit In Sims 4 beendet habe die Challenge, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich eine andere Challenge machen sollte, nämlich wie die Assylium Challenge, wie man die auch immer... Ah, ähm, wie man die auch immer nennt. Oder Assylium, also wo man halt so eingesperrt ist und darf nur deinen eigenen Sims steuern, obwohl die anderen auch im Haushalt sind. Oder halt die, ähm, die Schöne-Hygiene-Challenge oder die Schneewittchen-Challenge oder wie die heißt. Oder Aschenputtel oder wie man die nennt? Hm... Was ist Aschenputtel oder Schneewittchen? Ich glaube Aschenputtel oder? Das ist ein geiler Challenge oder so. Ja, es ist ja hunderte von Challenges, aber die Challenges sollen für Sims 4 oder Sims 3 sein. Da kann man dann schreiben, ob ihr die Challenge in Sims 4 oder Sims 3 sehen wollt. Manche Challenges gehen ja in Sims 4 noch nicht, wie zum Beispiel es gibt ja vielleicht auch halt... Ich glaube, die Gene-Challenge geht in Sims 4 nicht. Dann müsst ihr in Sims 3 wählen. Aber falls ihr andere Challenges wollt, oder es können auch mal zwei Challenges sein, das wäre mir auch ganz recht... Also es wäre okay für mich. Weil... Und ihr könnt mir auch jetzt schon schreiben, ob ihr noch eine Challenge wollt. Also ob ihr vielleicht noch eine Challenge hier sehen wollt. Und... Ja... Auf jeden Fall, wir können jetzt erstmal nicht rausgehen außer halt so fürs Angeln oder so, aber das ist praktisch, weil es direkt hier ist. Ja... Irgendwie ist das mit einem Sim... Also es macht schon Spaß, aber es ist... Man kann halt nicht viel machen. Oh, dann bist du unwohl. Nur weil du... Ist dein Bett so ungemütig, oder wie? Ja, Rottenschmerz dafür kann ich jetzt nichts. Es tut mir aber leid. Es tut mir aber leid, aber... Kann auch nicht rein, weil du dich so ungemützt... Wir brauchen irgendwas, was ich glücklich macht. Wer... Ich hätte sich vielleicht einen Andockdüche nehmen sollen, nicht einen normaldüchen. Mhm... Weil dann weiß nicht, was ich mit dir machen soll, wenn du auf nichts Lust hast. Na toll, äh, dann geh einfach mal... Äh... Äh, wir können ja Filme sehen. Äh... Ähm... Geh einfach mal... Big Block spielen. Und ich hoffe, du gewinnst, dass du gute Laune bekommst. Weil es ist jetzt dankbar nicht, wie sie spielt. Weil es macht sie ja immer das selbe, wenn dir zur Angebote... Hat die Videospielfähigkeit einfach... Okay, starb, starb, dir geht's glücklich, du bist glücklich. Dann geh angeln. Okay, wie viel das Trimester bist du? Ach, immer noch nicht zweites. Oha, im dritten kommt, glaub ich, erstes Kind, oder? Ich bin einfach so gespannt, deswegen... Mhm... Ich weiß gar nicht, wie langsams viel zum Hochladen braucht. Egal. Ich glaub, ich würde danach nochmal aufnehmen. Mhm... Diese Challenge macht super... Vielleicht mach ich auch von selber noch eine Sims 3 Challenge. Aber dann nicht die 100 Baby Challenge, weil es da nicht so... Spannend ist. Dann würde ich vielleicht so... Die Hunde, äh... Oh ja, 100 Baby Challenge mach ich auch grad! Die Göhne Challenge, oder es gibt auch, glaub ich, so eine... Alleinsinter-Fader-Challenge. Oder eine Alleinsinter-Mutter-Challenge, oder so. Ich kenn keine Challenge aus. Oder vielleicht so... Hm, ich kenn keine Challenge aus, so richtig. Ich hab mal so die 100 Baby-Challenge, guck ich bei manchen. Und so, ähm... Einfach normale Displays. Guck ich bei manchen YouTubern und... Also von anderen Sachen, oder auch normales Sims 3 Display... Ähm... Uh, Kuhpflanzen gibt's ja auch nicht Sims 3, ja, aber keine Ahnung wo. Hm... Also essen würde ich die jetzt nicht so unbedingt. Aber okay. Was ist eigentlich, wenn dein Kind stirbt? Gilt jetzt als geboren? Ja, meine spannende Frage. Hm, 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 hm. Geh dich hier anpflanzen, oder? Dann kannst du weiter angeln. Nee, ich glaub... Warte, wenn du angeln kannst, kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen. Aber... Okay, dann, ähm... Geh lieber, ähm... Äh... Ein... Kinderbuch schreiben. Auch wenn du keine Kinder magst. Ist mir egal. Dann schreibt einfach ein Kinderbuch. Hihihihihihihihi. Selina. Hihihihi. Oh mein Gott. Ihr könnt ja mal schreiben, was für Challenges ihr so gerne sehen wollt. So... Für Sims 3 dann aber bitte. Weil ich mag jetzt nicht zwar... Ihr kennt irgendwie auch zwei Sims 4 Challenges schreiben wenn ihr wollt. Vielleicht mach ich jetzt auch von selber noch eine heute Abend. Weil ich irgendwie jetzt... Bock hab zwar diese hier aufzunehmen. Aber die Zeit wird auch lang, weil ich finde, du einfach so ums Kind wartet. ist. Okay, du bist voll das nette Kind. Du bist voll das nette Kind. Leute, also ihr könnt mir ja wegen Kleinkindern hinschreiben. Ich kann ja nicht so lange spielen, bis ich Kleinkind habe. Ja. Ähm, Tiger halten Schläfchen. Ähm... Von Selina... Jetzt ist Selina, oder? Thompson Deville. Hä, Deville. Hört sich schon so fies an. Oh mein Gott. Oh, Angie. Hat sie so viel Hunger, weil sie irgendwie so... Ja, du magst keine Kinder. Du bist halt angespannt, aber trotzdem schreibst du ein Buch weiter. 14 Stunden. Ja, die Schreibfähigkeit hast du erworben. Das ist voll toll. Ähm, soll ich dir jetzt vorspunnen, weil... Oh mein Gott. Doch, Kind. Mag jetzt ja keine Kinder, aber... Also ich hab mir so gedacht, sie mag keine Kinder, aber mag doch... Sie mag keine Kinder, aber ihre eigenen Kinder mag sie. Und ihre Geschwister, wenn sie mag Kinder sind. Sie mag nur keine fremden Kinder, weil die helfen. Hm, hm. Aber Selina, ihre eigenen Kinder so, dies mag sie. Ab dem ersten oder zweiten oder so. Ja, schreib schon ein Buch, dass wir Geld verdienen. Oh, ich hab früher so oft die Sims 4 gespielt und voll selten die, ähm, so ein anderes Sims... Also hab ich voll selten die Sims 3 gespielt, dann mal kurze Zeit. Dann hab ich von anders mal... Oh, ich hoffe, ähm, das geht jetzt nicht automatisch irgendwie so aus oder so. Zum Glück haben wir gleich 4 gemacht. Aber schreib erst mal. Es ist 9 Uhr, Mann. Du schläfst immer nachts, oder wie? Obwohl nachts mal die Männer auf... Nein, du bist nachts wach, wenn man Männer am Nacht der Kick wird. Ähm, ich kick dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es eine Verabredung zum Frühstück im Restaurant, Chellama? Nö. Wir sind voll fies. Ja, dann schreibst du ein Buch von anders. Komplettes Buch geschrieben. Es wird eben... Tiger hätten keine Schläfchen. Okay. Dann S war's und dann D verwenden. Okay, Leute, ich muss jetzt aber auch hier die Folge beenden, weil die geht jetzt schon 19 oder 20 Minuten. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich nehme wahrscheinlich jetzt noch einmal im Anschluss auf und dann vielleicht 1-3-Challenge, wenn ich mir eine überlegt habe, vielleicht die schöne Gator-Challenge oder so. Und ja, ich hoffe, dass Baby kommt bald in der nächsten oder übernächsten Folge, weil mit einem Sim ist es so langweilig, weil jetzt Baby hat es schon wieder spannender. Und mit ihr Essen gehen darf man nicht. Außer mit dem Mann anmachen beim Essen. Ja, das geht schon. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt mir in die Kommentare für den Kleck hin. Habe ich das schon in dem Anfangspart gesagt. Aber okay. Und vergessen wir nicht, dass wir den Tim nicht mehr anmachen dürfen. Den Tim Graham. Und fragt mich nicht, wie ich auf den Nachnamen gekommen bin. Habe so eine Serie geguckt. Also Krim. Und. Also da geht es um so Wesen. Wie von Gebrüder Krim. So, nur so andere Wesen. Und ja, dann hat er irgendwie, habe ich mir so geguckt, welche Personen das sind. Und dann hat er eine Mitfläche irgendwie hießen miteinander. Und dann dachte ich mir so, ja, oder nicht so. Auch wenn da keine Hauptfigur so in einer Folge war. Aber, hm. Ich will auch keine Hauptfigur so nachnamen, wie Birdheart oder. Keine Ahnung, wie die anderen heißen. Ja. Und dann sage ich hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.